Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein. Also, ähm, lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf dich zu Herrn Tisch führen. Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich hole an den Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich hab ja gedacht. Das ist ja... Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Aids-Test machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Und wir haben uns auch in Trinidad. Und wir haben uns auch in Trinidad. Und wir haben uns auch in Trinidad. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018